Gut gemacht! Ich hab grad anstatt CPU1 Goyle gelesen. Vaun ist Goyle. Wir machen weiter. Das wäre alles. Du bist klasse, Vaun. Ich wusste nicht, dass du etwas kannst. Naja, früher hab ich das oft gemacht. Aber egal, was ist denn eigentlich los? Nun, bisher hab ich so viel herausgefunden. Nämlich nichts. Alles klar, man muss es also das Gemüse hier sammeln, um die Insel zu reparieren. Okay, ich helf dir auch. Äh, wer bist du? Du bist nicht der Vaun, den ich kenne. Wirklich? Ich kann dich das nicht alles alleine machen lassen. Warum lieben alle Chelsea und mich damals nicht? Wenn Vaun mich gesehen hat, war er immer so Was willst du? Oh Sabrina, ich repariere deine Uhr. Wir müssten jedenfalls nur Gemüse sammeln und es zum Turm bringen, richtig? Ihr habt das heute reichen. In Ordnung, bis später Chelsea, du geile Sau. Bis später, vielen Dank, Vaun. Sie hat Danke gesagt. Weg mit mir. Okay. Nächstes Kapitel, ja man. Speedrun. Das ist wirklich nett von Vaun, dass er dir hilft. Was? Und hier scheint man wirklich viel Gemüse sammeln zu können. Gemüse, Gemüse. Gut für den Körper, lecker für den Bauch. Äh, komisches Lied. Oh, das war ein Lied. Gemüse, Gemüse. Irgendwas lecker für den Bauch. Äh, komisch. Achso, komisch. Oh hey Danny, wie geht es dir? Also, weißt du, das ist ganz schön unhöflich, mein Lied komisch zu nennen. Aua. Oh, sieh das nicht so ernst. Du. Also, was geht ab? Mann, ihr seht dich hier nicht oft, Mann. Nun, ich wollte eigentlich gerade dieses Gemüse hier ernten. Wirklich? Ich wusste nicht, dass du ernten kannst, Danny. Danke. Wieso erntest du es? Nun. Das ist ein Geheimnis. Landa würde sich aufregen. Das stimmt, tut mir leid. Das muss vorerst ein Geheimnis bleiben. Oha, ich bin invested. Landa hat irgendeinen Secret-Plan. Ich liebe es. Entschuldigung. Ähm, okay. Aber wie geht es dir denn? Was hast du vor? Hast du Lust auf ein Date? Liebst du mich auch? Äh, achso, ich? Ja, ich sammle so viel Gemüse wie möglich. Ich hab gar nicht gefragt, aber perfekt. Wieso hilfst du mir nicht ernten? Du kannst dich um die eine Hälfte kümmern und ich um die andere. Wirklich? In Ordnung. Cool, dann mal los. Peace. Okay. Jetzt geht es wieder los mit Ernten. Yeah, das ist die beste Story. Bereit. Achso, ich glaube 20 Auberginen. 20 Kohl und 20 Tomaten müssen wir ernten. Die Musik ist auch sehr geil. Döööööörä. Dööööö PR DööööÖÜHÄÖÖÖ so hoch und dann bam bam und dann hier und dann bam bam. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Aber es ist gut scheinbar. Okay, jetzt habe ich hier eine Kombination. Bam, bam, bam. Hilfe! Ja, ist okay. Jetzt geht es los. Bald kommt wieder Hühnchen. Hühnchen, Hühnchen, oh ja. Hühnchen, das ist wunderbar. Hilfe! Ja, okay, Entschuldigung. Ich wollte das noch gegossen bekommen. Ich kann nicht reden. Das Spiel macht mich fertig. Oh, jetzt ist eine fette Karotte, man. Let's go! Yay! Warte mal, bevor du hier weitermachst. Gut! Okay. So, jetzt kann ich wieder Hühnchen machen. Hühnchen! Ah, ah, ah! Ja. Das war schön. Ich mache hier gerade gar nichts, aber es läuft gut, deswegen ist es in Ordnung. Achso, jetzt läuft er weg. Das ist nicht so gut. Hier, nimm mal die Kartoffeln. Wow! Das war irgendwie gut. Stopp! Ich bin noch nicht bereit. Okay, sehr gut. So, jetzt erntet er das hier und dann geht es hier weiter und dann, ja. Ich habe auf jeden Fall noch genug Zeit und es fehlen nur noch zwei Tomaten und eine Aubergine. So, letzte Tomate, letzte Aubergine und damit haben wir es geschafft. Wahnsinn! Gut gemacht! Ich habe das gut gemacht. Ich bin Chelsea. Gut gemacht! Du kennst dich Du kennst dich Feldern aus. Dies ist dein Teil. Äh, danke, Danny. Du hast wirklich Talent. Willst du mit mir angeln? Ähm, lass mal. Ich angle lieber Männer. Wirklich? Ich dachte, das wäre genau dein Ding. Nun, vielleicht später mal. Klingt gut. Ich sollte nun aber los. Tschüss, Chelsea. Okay, tschüss, Danny. Tschau! Nun, wir haben hier alles geerntet. Ich sollte wieder zurück in die Stadt. Mhm. Zum nächsten Kapitel, ja, man. Let's go. Oh, ich habe immer noch nicht genug Gemüse. Ich muss noch mehr sammeln. Hm? Oh, nein. Elliot und Julia sind dort. Also erst mal hingehen. Hey, Elliot, Julia! Oh, hallo, Chelsea. Ah, Chelsea, brauchst du etwas? Nein, ich wollte nur Hallo sagen. Ich störe hoffentlich nicht, oder? Ich liebe es, Liebespaare zu unterbrechen. Was? Nein, du stößt bei nichts. Wir unterhalten uns. Ah, ich bin zwar neugierig, aber ich frage euch nicht, worüber ihr geredet habt. Danke, Chelsea. Jo, warum sind alle hier? Oh! Natalie! Worüber haben sie geredet, wenn ihr jetzt zwar angespannt ist. Oh, hi, Natalie! Hey! Stimmt etwas nicht, Elliot? Was? Äh, nein! Ich sehe schon, dass ihr miteinander auskommt. Ernsthaft? Oh, was ist bei dir eigentlich los, Chelsea? Bei mir, ähm, eigentlich... Ich bin schlimm, wie Natalie einfach verdrängt wurde. Was? Dann willst du den Turm also auch reparieren? Auch? Äh, naja, ich meine... Elliot meint, dass wir eben darüber geredet haben, was mit dem Gemüse los ist. Vor allem mit den dicken Urken und den langen Oberschienen. Also so, verstehe. Zum Glück. Blöder Bruder. Du sammelst also Gemüse, um den Turm zu reparieren, Chelsea? Ja, aber ich finde einfach nicht genug. Ah! Ja. Oha! Das Gemüse ist wieder gewachsen. Das trifft sich aber gut. Oh, ich hatte gerade so richtig Appetit. Auf eine Aubergine? Ja. Jawohl! Jetzt können wir mehr Gemüse sammeln! Das ist toll. Hast du was gesagt? Was ich... Äh, nein, ich habe nichts gesagt. Was ist los mit euch? Äh, egal. Wie wäre es mit einem kleinen Rennen? Ein Rennen? Klägt lustig. In Ordnung, ich nehme es mit euch auf. Du machst doch mit, Bruder. Was? Äh, naja, ich habe ja bekommen eine Wahl. Alles klar, auf geht's. Diese Story 10 vor 10. Es ist ein Traum. Es ist einfach ein Traum. Ich sage euch, wie es ist. Ein Traum. Bereit! So, wir machen hier erstmal wieder eine geile Mucke. Dim, 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 dim. Yeah. Dim, dim, dim. Wir müssen ganz viel ernten. Oder so. Keine Ahnung, das ist unsere Mission. Ich bin mir nicht sicher. Überleben. Überleben, das schaffen wir. Denn ich bin die Geilste. Yeah. Ich bin Jessie. Sie ist so geil wie nie. Das wollte ich nicht. Aber wir müssen ja nur überleben. Ben. Ja, Moment. Mach mal. Bam, bam, bam. Oh, ein Stein wurde auf mich geworfen. Tja, wer mit Steinen in ein Glashaus wirft, der kriegt es aufs Maul. Oder so. Ich weiß, wie das Spruch geht. Alter. Der wäre fast auf meinen Kopf gegangen. Hilfe. Ja, ja. Klingen die anderen wenigstens auch Stein oder bin das nur ich? Zack, zack, zack. Jetzt wird hier richtig geil geerntet. Ernten ist so toll. Es gibt nichts besseres als ernten. Und Stein aufs Maul. Ein Stein aufs Maul. Das ist toll. Nein, bitte. Bissen. Jetzt kommt das fette Gemüse. Doch er will es nicht. Jetzt will er es. Ja, geil. Jetzt geht es los. Jetzt gibt es eine geile Kombination. Oder auch nicht. Jetzt wird geerntet. Aber sicherlich. Oh, ich kann wieder Hühnchen. Bam, bam, bam. Einsetzen. Hühnchen. Bam, bam, bam. Ja. Das ist ein Traum. Dieses Spiel ist wie ein Fiebertraum. Aber ein guter. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber es ist gut. Da kam wieder ein Stein in mein Gesicht. Ich habe eine Megakombination. Er geht einfach nicht hin. Jetzt. Ja. Bam, bam, bam. Warte, ich... Okay, fand ich. Hilfe. Jetzt gibt es wieder Gemüse. Da, dam, da, dam, dam. Und Stein. Ja, diese Steine. Die sind so mega geil. Geh bitte runter. Dankeschön. Und jetzt noch da. Und da. Huch. Ich möchte, dass der Kram hier wächst. Eine Aubergine. Und noch eine. Damit es wächst. Da kommt ein Kürbis. Er ist so reif. Ihr glaubt es nicht. Glaubt es nicht. Jetzt wächst alles. Und er macht meine Kombination kaputt. Toll. De, 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 de. Keine Ahnung, was ist das? Uh, 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 uh. Aua. Da gab es auch das Maul. Jetzt gibt es hier eine goldene Tomate. Yeah. Und alles ist plötzlich reif. Jetzt ist er einfach da lang gegangen. Warum? Was ist los mit dir? De, de. Und jetzt gibt es etwas Geiles. Yeah. Nice. Ich kann wieder Hühnchen einsetzen. Hühnchen! Ich bin auch nur dezent im Vorsprung. Mit meinen 21.200 Punkten. Im Vergleich zu den anderen. Die Frage ist, wann habe ich sie denn in Grote Boden gestampft? Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt schon extrem überlegen. Hier, jetzt habe ich hier 1.000 Auberginen. Da wird Julia schon neidisch werden. Wenn keiner mehr, was? Aha. Und wann kriegen die Gemüse? Also nicht mehr? Ich hoffe, das ist bald. Warum läuft es eigentlich immer so kacke, Wichtel? Hier lang, bitte. Danke. Zack, 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 zack. Und die nächste. Bam, 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 bam. Yeah. Und noch ne Aubergine. Er wird es tot. So muss es laufen, ja. Ich bin die Beste. Und hab alle besiegt. Gut gemacht. Okay. Yeah, ich bin so geil. Oh, ich bin so scheiße. Oh, ich bin besonders scheiße. Juhu, ich hab gewonnen. Gut gemacht. Ich hab immer noch die bigsten Boobs. Oh, ich dachte, ich würde gewinnen. Ich kann kaum glauben, ich hab verloren. Beschämend. Oh, nimmst du nicht so zu Herzen, Alia. Du bist in allen Bereichen ein Loser. Jedenfalls haben wir viel Gemüse gesammelt. Yep. Hier, Chelsea, nimm das, wenn du Gemüse brauchst, um den Turm zu reparieren. Was? Wirklich? Wir brauchen es nicht. Wir sind froh, wenn man da mit der Insel helfen kann. Ja, nimm es schon, Chelsea. Danke, damit wird sich die Insel bestimmt normalisieren. Das ist gut zu wissen. Lass uns wissen, falls wir sonst noch was tun können. Genau. Ich muss Lois Mark finden, weil ich auf ihn stehe. Was wirst du tun, Chelsea? Hm. Da ich hier viel Gemüse bekommen konnte, gehe ich wohl zum Turm zurück. Verstehe. Naja, viel Glück. Danke, wir sehen uns. Ciao. Bis bald, Chelsea. Bye. Oh, man kommt endlich. Lana. Kommt schon. Bald muss es doch an der Zeit sein. Okay, jetzt kommt es Sabrina. Junge, das ganze Gemüse ist echt schwer. Hey, wer ist das denn dort? Oh. Oh je, das ist echt viel Gemüse. Tut mir leid, dass du nach all deiner Hilfe auch noch beim Ernten helfen musst. Hi, was geht ab, Leute? Oh, hallo, Chelsea. Meine Uhr ist kaputt. Hast du Baum gesehen? Sabrina's Wieler ist vorleere Gemüse als ernten wir es. Das ist aber viel Gemüse. Das scheint viel für euch zwei allein zu sein. Also werde ich auch helfen. Vielen Dank, das wäre wunderbar. Also gut, fangen wir ran. Okay, es geht los. Ich muss eigentlich voll dringend pullern, aber egal. Richtig dringend, so richtig. Aber wir schaffen das. Oh mein Gott. Voll der Endboss-Track. Wir fangen mal an. Wird schon. Nein, ich wollte, dass du die Oberginen erntest. Bam, 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 Mais. Und noch mehr. Jetzt gibt es eine Tomate für dich und für mich. Eine Tomate, die ist im Garten und jetzt geht es hier nach oben. Eine Tomate ist richtig geil. Eine Tomate, yeah. Jetzt werden die Tomaten reif und auch dieses Riesengemüse, yeah. Das Riesengemüse, yeah. Jetzt ist das gleich voll. Und dann kriegt Chelsea wieder richtig geile Kombis. Nämlich jetzt. Jetzt gibt es aufs Maul. Aber so aus, als müsste ich wieder die anderen besiegen, oder? Nein. Nee? Ach, ich muss ein Ziel erreichen. Okay, kommt. Das schaffen wir. Das kriegen wir. Du, 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 du. Du, du, du. Ich muss dringend aufs Klo. So dringend. Ihr glaubt es nicht. So dringend muss ich. Ja, so dringend. Auberginen. 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 Die sind toll. Dio, di, di, oh. Hilfe, er braucht Gewüse. Jetzt gibt es wieder eine Kombination. Und dann nochmal Riesengemüse. Und jetzt nochmal Riesengemüse. Und jetzt wird es geerntet. Und jetzt kommt eine mega krass Kombi, wollte ich sagen. Aber leider verkackt. Also was soll's. Dib, dib, dib. Jetzt wird hier noch geerntet. Richtig fett geerntet. Ja. Ja, geh mal hier lang. Nein, nein, das ist meins. Ich will eine Kombination bauen. Dib, 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 dib. Geh mal hier lang. So, dann gehst du bitte nach oben. Ja. Und jetzt wird hier absolut toll kombinationsmäßig was gemacht. Ich hab's geschafft. Yes. Dib, 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 dib. Yeah. Dib, dib, dib. Okay. Alles ist geerntet. Vielen Dank. Wie kann ich mich nur dankbar erweisen? Ach, das ist schon okay. Das hätte doch jeder getan. Genau, du musst uns nicht danken. Oh, da bist du jetzt, Chelsea. Hallo, Vaun. Wer bist du? Ah, Vaun. Hallo, Vaun. Wie läuft es mit dem Gemüse sammeln? Oh, ich hab schon viel. Du hast nicht viel Gemüse. Chelsea, aber Vaun auch. Was wirst du mit so viel Gemüse tun? Naja, das ist halt so. Du steckst mir in die Hose und dann... Oh je, du willst den Turm reparieren? Das ist beeindruckend. Naja, noch haben wir ihn nicht repariert. Ich denke, wir sollten das Gemüse jetzt zum Turm bringen, oder? Genau, ich wollte auch zurück. Lass uns zusammen ausgehen. Alles klar, dann mal los. Passt auf euch auf. Wir wollen heute Abend eine Partyabend auf. Liesch, kommt ihr beide dann auch? Eine Feier? Na gut, dann wollen wir mal den Turm reparieren, damit wir schnell zurück sind. Oui, oui. Wir erwarten euch. In Ordnung. Also, wir sehen uns später. Ja, ich muss jetzt mal ganz dringend pissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei diesem geilen Spiel. Irgendwas frantic, wahnsinnig geiles, verrücktes Farmen. Bis dann! Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank.